Deutschlandfunk Kultur Vollbild Bevor wir uns dem neuen Suspiria von Luca Guadagnino zuwenden, sollten wir vielleicht erst nochmal über den Film von 1977 reden, über Suspiria von Dario Argento. Es war ja ein Meilenstein in der Geschichte des Horrorfilms. Warum? Argento Suspiria ist eine sehr eigenständige Mischung aus einer Märchenerzählung, so einer Art Susi Bennion, die Hauptdarstellerin im Albtraumland, und einem sehr stilisierten Horrorfilm, den man aus der Tradition des Guttica Italiano, also des italienischen Gothic Horrors, herleiten kann. Da ist der berühmteste Vertreter zunächst Mario Bava gewesen, der schon dafür bekannt war, dass er farbiges Licht einsetzte, also primärfarbige, rote, blaue, grüne Beleuchtungen, die dann entsprechend von Dario Argento in den 70er und 1980 auch nochmal übernommen wurden, in einen Stil, der noch pointierter erschien. Und Suspiria ist also dieser wirklich radikale, primärfarbige Albtraum. Er hatte auch einen sehr progressiven Soundtrack von The Goblin, einer progressive Rockband aus den 70ern Italien. Und diese gesamte Mischung hat ihn wirklich zu einem einzigartigen Meilenstein bis heute gemacht. Der neue Suspiria entstammt in der Regie von Luca Guadagnino, jenes italienischen Regisseurs, der bei der letzten Oscar-Verleihung mit Call Me By Your Name für einen Oscar als bester Film nominiert war. Die Frage wäre, ist es denn überhaupt ein Remake geworden, Tilda Swinton, die mehrere Rollen spielt, sprach selber von einer Cover-Version. Ich finde diese Idee sehr interessant und durchaus zutreffend, denn ich sehe den Film auch nicht als Remake. Ein Remake würde voraussetzen, dass er quasi eine Aktualisierung, eine Modernisierung eines bereits bewährten Konzeptes vornimmt. Das ist mit Sicherheit eine Leistung und da gibt es auch gute Beispiele, aber andererseits ist der neue Suspiria-Film erheblich mehr. Er baut auf der Basis von Argentos-Film ein neues und wesentlich weitergehendes Konstrukt auf, denn ich habe den Eindruck, dass er inspiriert war vor allem von Ansätzen, die in Argentos Suspiria vorkommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass der frühere Film in Deutschland spielt, in Freiburg angeblich. Teile davon sind aber in München gedreht und er ist vor allem an Schauplätzen gedreht, die mit der Nazi-Vergangenheit Deutschlands zusammenhängen. Also es gibt Hinweise, es gibt Plakate zu Künstlern der sogenannten entarteten Kunst, die im Dritten Reich diffamiert wurden. Es gibt den Königsplatz, es gibt das Volksbad, wo in der Vergangenheit ja auch Hitler tatsächlich dann baden gegangen ist. Und das sind alles Dinge, die in Suspiria von Argento angedeutet werden, im neuen Film aber wirklich ausgebreitet sind. Und wirklich eine Holocaust-Vergangenheit bei einem der Protagonisten eine Rolle spielt, eine Verlusterfahrung. Dann gibt es das getreilte Deutschland, die Mauer, es gibt die RAF, also diese Reaktion einer jüngeren Generation auf die Ältere und so weiter. Also das sind Dinge, die viel weiter gedacht wurden, als das Argento gemacht hat. Das ist die Geschichte, die hineingewoben ist in die Geschichte. Es gibt schon auch trotzdem noch eine Handlung. Es spielt schon auch noch wieder in einer Tanzschule, oder? Das ist richtig. Also die Grundsituation ist dieselbe. Wir haben wieder eine Susi Banyan, diesmal von Dakota Johnson, sehr gut gespielt übrigens. Also wer skeptisch ist, weil sie ja in den Shade of Grey-Filmen doch zum Teil sehr krude agierte, wird überrascht sein, wie differenziert und wie physisch sie hier ist. Sie kommt an diese Tanzschule. Diese Tanzschule ist, wie im alten Film auch, beherrscht von einem destruktiven Matriarchat von Hexen, die quasi die Tanzschule als einen Stützpunkt benutzen, von dem aus sie quasi agieren, magisch agieren auch. Das Ganze ist verwoben mit einer Reihe von Todesfällen, von gewaltsamen Toden, die natürlich Teil dieser Verschwörung dann auch sind, also diese Morde. Und was der Film auch macht, ist, dass er das Tanzschule-Setting wesentlich weiter treibt. Also während wir bei Argento wirklich mehr noch so ein paar Szenen mit klassischem Ballett sehen, ein paar Hinweise bekommen, ist der neue Film, der ja zweieinhalb Stunden lang ist, wirklich sehr ausführlich in der Darstellung von Ausdruckstanz, von Körperlichkeit, von Körperausdruck auch. Und er fordert da auch sehr viel von den Hauptdarstellerinnen, speziell auch Mia Goet und Dakota Johnson. Und Sie haben eben schon über diese ganzen historischen Referenzen gesprochen. Der Film spielt ja jetzt 1977 in West-Berlin im deutschen Herbst. Inwieweit interessiert denn den Filmemacher diese ganzen politischen Referenzen? Welche Fragen dröselt er daran auf sozusagen? Guadagnino ist ja ein eher intellektuell motivierter Regisseur, der mit Sicherheit in dieser Inspiration nach Schlüsseln gesucht hat, wie er eben daraus so ein ganzes Gewebe machen kann, das in sich funktioniert. Und er hat also im Grunde Figuren benutzt aus dem Originalfilm, die er dann weiterentwickelte und denen er eine neue Backstory gab. Eine Backstory-Wound auch in dem einen Fall von Tilda Swintons Doppelrolle als einem älteren Psychoanalytiker. Und das ist im Grunde etwas, was bei ihm dazu führt in dem neuen Film, dass er sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen kann, indem er den deutschen Nationalsozialismus als ein destruktives Patriarchat klassifiziert, gegen das er ein ebenso destruktives Patriarchat stellt und dazwischen im Grunde so eine Spannung entstehen lässt, wo man auch sich selbst verorten muss als Zuschauer. Also es ist nichts, was einfach nur so reingepackt wird, um das aufzuladen. Denn die jungen Frauen in diesem Film versuchen, damit ja klarzukommen und darauf zu reagieren. Die eine tritt dann, so wird angedeutet, der ARF bei und ist auch in einen Anschlag verwickelt. Die ARF war ja eine Reaktion auf die nazi-bezogene Elterngeneration. Also dieser Film hat eine sehr starke, konkrete Aufladung von etwas, was im Originalfilm diffus-symbolisch nur war. Inwieweit ist er auch trotzdem noch ein Horrorfilm? Das ist eine interessante Frage, weil auf zweieinhalb Stunden hat man erstaunliche wenige typische Horrorszenen. Das, was er macht, was ich auch sehr gelungen finde, ist, dass er die wenigen Horrorszenen sehr ausbreitet und sehr originell und auch schockierend gestaltet. Es gibt also eine Szene so nach circa 40 Minuten, wo wir wirklich Körperhorror pur bekommen. Da geht es um einen telekinetisch quasi zermürbten und zerlegten Körper, der zu einem so grotesken Ausdruckstanz quasi zerbrochen wird. Und diese Szene ist auch sehr physisch ausagiert natürlich. Diese so ein Todestanz, Todesballett, wo auch viel Abjektes, also Körperflüssigkeiten, so diese ganzen Elemente, die auch Ekel erzeugen können, sehr konkret vorkommen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ich frage auch deswegen nach dem Genre, weil ja gerade auch Frauen im Horrorfilm immer interessante Figuren sind. In dem Fall sind es nun auch noch Hexen. Und Sie haben ja schon gesagt, es geht ihm um ein Matriarchat. Inwieweit interessieren gerade ihn jetzt auch diese Weiblichkeitsbilder, die er da entwirft? Also zum Beispiel der alte Film hat eine märchenhafte Struktur, in der das Final Girl, also die letzte Überlebende, aus dem brennenden Haus das alles vernichtet. Das Feuer ist quasi ein reinigendes Feuer und sie entkommt und lacht dann am Schluss auch befreit. Das ist eine absolut märchenhafte und naive Konstruktion. Das ist im neuen Film überhaupt nicht so. Sondern da ist also eine innere Logik aufgebaut, die die Protagonistin quasi programmatisch dort dann auch erscheinen lässt. Also sie hat mehr damit gemeinsam, als dass sie als Antagonistin, als Gegnerin des Matriarchats dort vorkommt. Und ja, die Hexen, das ist natürlich ein spezifischer Mythos, der auch gerade in einer feministischen Lesart ja oft sehr stark aufgeladen wird. Also dass die sexuell selbstbestimmte Frau zum Beispiel mit der Hexe identifiziert wird und positiv konnotiert wird. Das ist in diesem Film sehr ambivalent. Es gibt also eine sehr hämische Szene, wo männliche Nacktheit kommentiert wird von den Frauen in diesem Fall. Das sind solche Szenen, die das Ganze wirklich zu so einem quasi Albtraum, so einem Matriarchatsalbtraum auch machen können. Genauso wie eben natürlich die drei Mütter sind ja destruktive Mütter. Es sind nicht unbedingt Inkarnationen von Gaia, also der Mutter Erde oder sowas. Und solche Elemente nimmt der Film sehr ernst. Auch da, ja, Argento hat ja mehrere Hexenfilme gedreht. Wie weit bezieht sich Guadagnino auch auf die? Welche Referenzen gibt es da? Ja, also er bezieht sich sehr konkret auch auf diesen Mythos der drei Mütter, auf den sich auch Argento ja bezieht und aus dem Argento ja eine ganze Trilogie gemacht hat. Also Argentos Filme Suspiria, Horror Infernal und Mother of Tears beziehen sich eben auf die Mutter der Seufzer, die Mutter der Finsternis und die Mutter der Tränen. Und Suspiria ist eben im Grunde dieser Beginn. Das ist bei Guadagnino allerdings nicht unbedingt jetzt auf eine Trilogie angelegt oder sowas, sondern er baut quasi auf einen mythischen Urgrund, auf einer mythischen destruktiven Weiblichkeit, die hier eine Rolle spielt. Und entwickelt daraus also verschiedene Ideen, auch verschiedene Möglichkeiten und der Film ist auch relativ offen. Das macht ihn, glaube ich, hochinteressant. Wie gesagt, in der Kritik kommt er sehr gut weg, weil er diese Offenheit konstruktiv nutzt und einem auch Ansätze bietet, das weiter zu spinnen. Eine definitive Empfehlung von Markus Stiegelegger, Filmwissenschaftler Suspiria, der neue Film von Luca Guadagnino. Er kommt am Donnerstag in die Kinos. Vielen Dank. Sehr gerne.